Da sind wir auch schon wieder und da oben ist eine Fiolö. Eine Energiekohle. Fiolö. Okay. Ähm, okay, die war falsch platziert. Brauche ich nicht. Okay, brauchen wir nicht mal. Ich bin halt so skillig, ich brauche das nicht. Ja, da drüben gab es noch einiges. Was? Wo drüben? Ja, hier. Ach, da, das meinst du. Ja. Okay. Ähm. So. Cool. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen, aber ich meine, ne? Warum denn auch? Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Holzkiste oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oh, Moment. Jetzt vielleicht mit Amadeus, dass ich das denke. Ich kann es natürlich nicht bewegen. Kann ich da drauf? Ja, okay. Andersrum vielleicht. Okay. Kannst du mir vielleicht die Planke hier halten? Ja, wie soll sie denn? Ja, so ein bisschen da hin. Ja, passt so. Jop, hab sie. Sehr schön. Level-Aufstieg. Nehm ich mir mal Eispfeile. Zwei Stück. Upgrade. Monster Prison. Vier Objekte. Explosiver Pfeil. Star Disguise. Magnetic Shield. Explosiver Hammer. Hm. Hm. Explosiver Hammer oder... Ach komm, Explosiver Hammer. Den habe ich auch schon. Habe ich bloß noch nicht benutzt. War da oben jetzt noch mehr? Nein. Okay. Na, danke schön. Ja. Hä? Wieso? So, jetzt brauchst du nichts mehr. Warte mal, das da unten sieht so aus. Als ob man das auch noch mit Pontius kaputt machen könnte. Tatsächlich. Wow. Ich wollte gerade sagen, pass auf, das ist ein Stachel. Was hat mir das jetzt gebracht? Ähm, den Tod. Ne, mir nicht. Jetzt können wir einfacher auf die andere Seite. Toll. Wenn ich das gewusst hätte, ne? Ja. So. Aber dafür spielt man es blind. Ja. Genau. Aha, hier ist wieder... Ah, okay. Ah, okay. Aber ich glaube, das hat uns auch was für Hebel gebracht. Kann das sein? Zerschieß mal oben. Denn es geht. Um was zu schießen? Ah. Da oben ist... Kommst du da irgendwie ran? Warte mal. Hm, nee. Offensichtlich nicht. Was zum... Wo geht das jetzt hin? Das sieht aber geil aus. Weiter nach oben anscheinend. Da kann man auch weiter hoch? Okay. Cool. Ist im Wasser noch was? Ne. Ich frage mich, was das Spiel so viel mit Pflanzen zu tun hat. Na egal. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schön. Wahrscheinlich so ein Märchen. Da drückt das noch eine Energiefiole. Wo? Ach da. Halt einfach das Ding da an der Wand. Nein. Ja, genau so. Hallo. Oder das ist Stein. Ach so. Versuch mal hier so raufzukommen irgendwie. Hm. Warte mal. Ah, Moment. Jetzt check ich das. Warte mal. Kann ich das hier sonst oben halten? Ne. Ja gut, so komme ich da nicht rauf. Ähm. Hm. Vielleicht kannst du jetzt da irgendwie eine Kiste oder was dazwischen, äh. Na wo soll ich die hinlegen? Äh, hier oben. Da wo ich mich drauf festhalte. Warte. Oben draußen. Die zerspringt bestimmt, wa? Ne. Cool. Okay. Okay. Okay, egal. So. Ah. Ah. Komm. Ah. Okay, jetzt. Gut, danke. Sehr schön. Da unten war nichts weiter. Okay, dann können wir hier wieder hoch. Warte mal, Dios, du Depp. Mach mal. So. Checkpoint. Cool. Okay. Achso. Da kann man sich ranhängen. Bringt bloß nichts. Auf der anderen Seite? Auch nicht. Was zur Hölle? Doch. Doch. Hab's so. Cool. Ist das alles, was es da gibt? Bestimmt nicht. Kommst du da noch irgendwo weiter lang, Null? Sieht nicht so aus. Also man sieht auf jeden Fall nichts rein. Nichts. Okay. Okay, egal. What the fuck? Ach du Scheiße. Ich hab's nicht ganz freundlich. Ich hab's nicht ganz freundlich. Wow. Du bist tot. Ich hab's gesehen. Aber ich kann gerade nichts tun. Was zur Hölle. Ja. Hast du recht. Was zur Hölle. Und epische Musik mal wieder. Oh, die ist cool, die Musik. Wow. Mal wieder mit dem Sturmhammer versuchen. Immer ihn wegzudrängen. Ja. Mach du das mit dem Sturmhammer. Ich greif ihn einfach an. Ich bin tot. Er ist gleich tot. Naja, was heißt gleich tot? Aber... Ich wollte gerade loslassen. Ich wollte gerade den... Lol, meine Leiche eben gesehen. Ne, hab ich jetzt nicht aufgepasst. Na, das sieht man im Video dann wahrscheinlich. Sturmhammer, komm mal bitte wieder zurück. Jetzt. Ja, na, danke. Okay, cool. Endlich, Schätze. Ich werde diese Kone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Äh, sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Roosevelt erwähnt hat. Ach du Scheiße. Ich trau den Frieden nicht. Okay, da ist wieder ein Checkpoint. Das heißt also, wir haben hier jetzt bloß einen kurzen Zwischenkampf gehabt. Und die Unternehmerin lässt natürlich das ganze Gold hier einfach mal so liegen. Klar. Okay. Checkpoint. Äh, wieder diese hässliche Thriller da. Echt, wo denn? Weiß nicht, ich seh nichts. Tot, 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 tot. Meinst du? Nö, aber keine Ahnung. Lesen. Was kann man hier lesen? Echt, da kann man lesen? Lieber Isabel, mein Wunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Im Keller. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabelle. Ich habe langsam das Gefühl, dass diese Rosabelle ein bisschen neidisch war. Da ist der Trine. Oh, der Trine. Der Trine. Die 5 Minuten Trine. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Was zum... What the fuck? Ich habe gerade irgendwie drei Fragezeichen über dem Kopf oder so. Ja. Kommt schon, folgen wir ihm. Na, ob das so gut ist, dem zu folgen? Okay. Ich bin schon mal gelaufen. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Ähm, jetzt ist ja Kapitelende, dann können wir einen Cut machen. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchfluchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabelle einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen. Oder um sich eher selbst zu bereichern. Je nachdem. Aber das werden wir im nächsten Part erfahren. Ja. Bis gleich. Tschüss.